Hallo liebe YouTuber, ich begrüße Sie heute zu einer Haustour von Fohlers 11 im Landal Green Park. Dieser Green Park befindet sich hier im wunderschönen Holland in der Nähe von Brauershaven. Nun gehen wir in das Haus Fohlers 11. Wie Sie sehen ist hier ein Schloss, ein Briefkasten und hier, wie Sie schon sehen, der geräumige und schöne Flur. So liebe YouTuber, jetzt sind wir schon innerhalb des Hauses. Hier vorne finden Sie die moderne Elektroverteilung des Hauses, inklusive dem Gas- und Wasseranschluss. So, nun gehen wir an der Garderobe vorbei, an der Heizung vorbei, in das schöne, geräumige Wohn- und Esszimmer. Hier in diesem Haus befindet sich eine Fußbodenheizung. Normale Heizkörper sind hier auch. Eine Uhr, ein Heizungsthermostatregler mit einer Beschreibung, wie die Heizung zu bedienen ist. Ein Lämpchen, ein Tischchen, ein geräumiger Esstisch, eine Lampe, ein schönes Bild, ein Kinderstuhl, ein Flatscreen-TV und natürlich, was nicht fehlen darf, für die kalten Wintermonate ein wunderbarer Kamin. So, nun gehen wir in die Schlafgemächer. Hier sehen Sie in dem ersten Zimmer ein wunderschönes Doppelbettzimmer mit Lampen. Wie Sie sehen, gehen diese auch an. Und hier ein Kleiderhaken und ebenso hier ein schöner Kleiderschrank. Dieses Haus hat drei Zimmer von gleichem Standard mit schönen blauen Türen. Nun gehen wir in die nächsten Zimmer. So, hier zu meiner linken ebenso ein schönes Doppelzimmer mit zwei auseinanderstehenden Betten, zwei schönen Nachttischlampen und auch ebenso ein Kleiderhaken. So, auf der rechten Seite begrüßt Sie ebenso ein schönes Doppelzimmer. Dieses ist genauso geräumig gestaltet, hat einen etwas größeren, moderneren Kleiderhaken und ebenso ein Schrank und zwei schöne Lämpchen. So, Entschuldigung. Jetzt gehen wir hier in der Mitte zwischen beiden Räumlichkeiten. Sehen Sie hier ein wunderschönes Bad. Dieses Bad ist völlig neu gestaltet, hat eine Toilette, eine Spülarmatur, Toilettenpapierhalter, eine Klobürste und wie immer hier dieser schöne, wunderbare Müllarmat. Dieser Heizkörper ist für das Trocknen der Handtücher sehr gut geeignet und hier ebenso die schöne Waschbatterie des Waschtisches mit einem Stück Seife. So, dieses war es schon von dem einen Teil des Hauses und nun gehen wir in den anderen Teil über. Wir schließen die Räumlichkeiten ordnungsgemäß. Ach ja, was ich Ihnen noch erklären wollte, in diesem Haus ist hier ebenso ein kostenfreies WLAN für Ihre Unterkunft zur Verfügung. Das Passwort sehen Sie hier unten. So, gehen wir kurz eine kurze Weile nach außen. Hier sehen Sie der schöne Garten, ein Grillplatz. Hier sehen Sie Gartenmöbel, die im Sommer sehr schön genutzt werden können mit einer wunderbaren Überdachung, wo auch ein bisschen Licht hineinfällt, ab und zu auch Regen. Und hier im Außenbereich sehen Sie eine Waschmaschine, die Heizung, eine Badewanne für die etwas kleineren Gäste, einen Staubsauger, alles was dazu gehört. Ein Bügeleisen, eine Wäsche, ja, Trockengelegenheit und ebenso wieder hier die schönen Haken an der Wand. So, wir verschließen dieses und gehen nun in das Highlight dieses wunderschönen Hauses über. Wir gehen hinein in die gute Stube. Hier sehen Sie die Küche. Die Küche ist wirklich modern ausgestattet, hat eine Mikrowelle, hat eine wunderbare Spülmaschine. Warten Sie mal, ich mache mal Licht an. Eine wunderbare Spülmaschine, ein Waschbecken, ein Blumen, ein bisschen Grün, also Blumen. Eine Senseo-Kaffeemaschine, eine normale Kaffeemaschine, ein Wasserkocher, ein Gasherd, ein Kühlschrank. Alles das, was Sie sich wirklich nur vorstellen können und möchten. So, das ist die Kochnische Küche in diesem wunderschönen Haus und nun gehen wir raus. Aber bevor wir rausgehen, schauen wir nochmal in dieses wunderschöne Bad. Weil dieses Bad ist was ganz Besonderes in diesem Landtal Green Park. Hier sehen Sie eine begehbare Dusche mit dem Ausblick in den Garten, der Duschkopf, die Brause, die Armatur. Wie immer hier der wunderschöne Mülleimer und hier Handtuchtrockner, ein Spiegel, eine Waschbatterie, wieder auf dem Waschbecken mit einem Stück Seife. Ein Handtuchheizkörper und hier die Toilette, die Toilettenbürste, das Toilettenpapier, die Toilettenarmatur. Und hier eine Bedienungsanleitung. Wissen Sie, was das ist? Das ist eine richtige Sauna. Eine Sauna hier im Landtal Green Park. Sehen Sie, diese Sauna bietet Platz für bis zu sechs Personen. Diese Sauna beinhaltet hier einen Saunaofen, eine Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige und sogar ein Handtuch inklusive, welches ich nun aus hygienischen Gründen aus dieser Sauna herausnehme. Wie Sie sehen, ist dieses ein wirkliches Schmuckstück im Landtal Green Park. Ich empfehle Ihnen, dieses Haus dringend zu buchen für Ihren schönen Urlaub im Landtal Green Park. So, jetzt machen wir hier das Licht aus energiespartechnischen Gründen aus, weil dieses benötigt keiner. Und gehen jetzt wieder raus aus diesem Haus. Ich denke, ich habe Ihnen heute genug gezeigt. Und Sie sind erfreut über meine Videos und liken mich bitte unter YouTube. Und wir sehen uns das nächste Mal bei meinem neuen Hoteltester- und Ferienhaus-Tester-Kanal hier auf YouTube. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Und vergessen Sie bitte nicht, mir einen Like abzugeben. Vielen Dank hier vom Landtal Green Park, euer Hoteltester.